Boah, ich müsste pissen. Hab ich irgendwie eine Federschuhe? Ja, mach mir früh auf. So. Weeper. Du hast doch eine super Flak, oder? Nein. Ich hab die Flak. Warum hast du keine Missuri, du? Wir fahren T9, weil ich diese verdoppeln möchte. Wieso? Was, du möchtest die verdoppeln? Ja. Er will zwei Dinger in seinem Ding drin haben. Was will er drin haben? Keine Ahnung. Das ist ein Weeper. Meinst du das hier, Esbühl? Was hab ich? Meinst du die Staffel? Alter! Neun Flügern. Jo, ist das übertrieben gerade mal. Was? Das neueste. Wo? Weil wir mit dem Schlagen, Alter, what the fuck? Ja. Direkt mit dem Schwert auf den Hinterkopf. Das klingt auch jetzt immer YouTube zum ersten Mal. Wahrscheinlich direkt melden wegen hier. Brutal die Welt. Wird schon mal schön in das Spiel. Unser Team teilt sich sehr gut auf. Ich weiß nicht, ob ich Aft drauf machen soll auf der Craft Seppling, weil ich mit der ja häufig auch gesnipet werde, ne? Oder lieber Tarnmeister. 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 Hier ist einer drin. Ich bin offen. Wovon. Ich will jetzt ja das die 23 hier drin sein. Fliege doch ein bisschen weiter nach vorne. Ja, ich habe noch keinem mein CV-Biss in Sicherheit gebracht. Das Jäger-Staffel? Der ist stark, das ist ein 7er Flieger. Ey, mein Katarprojekt geht ja ganz schön lange. Aber wenn er da stehen bleibt, dann ist er tot. Ich gehe mal kurz zu A rüber, ne? Pfff! Neptun! Zack, ein Torpid und tot. Boom! Ja, äh, wer ist der? Die Monty. Achso, ich habe doch die DD gerade gespottet. Und wenn da ne Neptun ist, gehe ich ungern da hin, oder? Reg dich nicht auf. Hilf einen Jäger. Weiter. Das passiert doch. Und der Englischpreis geht dieses Jahr ab. Was soll das? Ich habe durchgestrikt, du scheiß Matchmaker. Willst du mich verarschen, du RNG? Fick dich ins Knie! Ganz ehrlich, das ist nicht mal lustig. Ich strike... Na. Warum strikt der mir mehr weg, als ich ihn? Wo soll ich hinfliegen? Äh, hinfliege... Seid, du verteid mich mal, wo soll ich hinfliegen? Ähm, flieg du mal nach Münchhausend. Äh, nee, da bist du. Zito. Despacito! Oh, das ist die Lexington. Nehmen wir ja wieder die? Despacito! Ja. Das ist richtig scheiße, ich wollte da die Republik anfliegen. Despacito! Fliege die Knocker an. Reaper seine Flagg an? Nein. 14. Ich muss jetzt meine... Ich hab auf F gedrückt! Zieht euch zurück, meine Flieger! Wow. Ey, die Lexington fährt direkt in meine Arme, ja. Fährt jetzt in deiner Isse hervor! Der dürfte doch eigentlich keine Munition mehr haben, Reaper. Der hat fünfmal gestrikt, ne? Ey, macht mir die auf. Macht mir die auf. Ich bin dabei, chill doch mal ein bisschen. Er ist auch nicht der Schnellste. Was denn je? Da ist er. Doch, der Schwerber ist aus dem Test-Therber. Oh, ja! Der strikt mir mit einem Schlag alle Flottenstaffeln weg! Ich strike endlich mal einen Flieger weg! Was soll'n das? Wie oft kann der eigentlich nicht striken, dieser CV? Das ist doch nicht normal! Der hat 15 Mal... Der hat sechsmal, siebenmal hintereinander gezweigt! Ich kann nur zweimal! Ey, wie viel Munition hat die Lexington? Oh, ich hab Kampfe bei ihm. Die schwachen Jäger haben relativ viel, ja? Ey, der holt mir alles weg mit denen! Der hat mir zwei Staffeln fast weggeholt! Natürlich, jetzt über penetriert sind wir. Hat der auch... Wie sind meine Fighter gerade gestorben? Ach, er hat sich das Rott geholt. Nice! Hol' die mal raus! Ist die Lexington draußen? Ja! Die ist tot, ja! Warte, Phantom... Kannst du gucken, wo die Neptun hinguckt? Ah gut, die kommt raus, egal. Ja! Ja, die kommt raus! Wer ist eigentlich gestorben? Unsere Montana? Schade! Alter, 18.000! Die Tirpitz ist gestorben! Zack! 15 Zitas! Geht's wirklich? Wer? Du? Ich? Ja! Alter Schwede! Auf die Neptun! 6.000 auf die Republik! Schön viel auf die Friedrich! Oh, oh! Gar nicht gut! Gar nicht gut! Ich bin... dort! Junge, Alter! 15 Zitas! What the fuck! Neptun hält nicht viel aus, ne? Ja! Ich hab denn nur Zitas gedrückt! Ich bin überpenetriert oder penetriert oder so! Nur... Über... Äh, nur Zitas! Wo kommen denn die Torpedos von hinten? Z52? Ne, von hinten! So! Hä, das waren die... ZWEI ZITAS AUF SAU! Das waren zwei Tops der Z noch! Die einfach nur hinter die R-Mitreten kommen! Aber die ist von hinten! Doch! Die sind gerade hinter dir! Sind gerade hinter dir landen vorbei! Nein! Es kamen welche von hinten auf mich zu! Ja! Dann Z! Da ist auch ne Z! Das war von der... von der Torpedostaffel! Au! Das war keine Musik! Ey! T10er! So ein T10er Gefecht gefällt mir gerade! Ich hole mal noch ein paar Flieger! Da ist die Z23! Von der kam besser! So! Habe ich doch können! Hat er doch gesagt! Es will! Achso! Egal! Wie sieht's aus? Können wir das gewinnen? Hm! Na! Ja! 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 Mit diesem mal noch hin! Ja! 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 Jetzt wirklich! Äh, endlich mal ne gute Rolle und die verliert man, ne? Oh, wenn nicht, rahmen die weg. Wow, ich hab einen Kredit gefunden. Best Sites Next. Kommt schon, SBÜ. Nur die SBÜs können dir helfen. Ich glaube, es greift ja Magi an, ne? Ähm, ah. Shima, geh doch cap'n! 2,5K? Wie hast du die Kommo-Zeit hinbekommen? Potenziell. Achso. 2.500 nur? Oh? Hahahaha. Hör, immer diese Beschwerer, Monty's, ne? Wie mir ein Auto kaufen oder ein Haus? 5.000 und 1.000. Wow. Wie kostet das Auto und das Haus viel? Achso. Wie kostet das Auto und das Haus viel? 5.000 und 2.000. 3.000. Wie ist das Auto? 6.000 und 3.000. 5.000. 6.000. 4.000. 6.000. 5.000. 5.000. 5.000. 5.000. wo ich habe wasser schal gemacht ich habe nur noch richtig die reserven gerade janu cv bontina da ist doch die zau die haben ja doch alle voll die lehm von den gegnern das schaffen die schon dann gehe ich jetzt auf die republik mal gucken ob es jetzt wirklich so ein stücker alarm kommt stimmt wird doch im spiel drin bei dem top 4 und kam einer ich habe keinen gehört also ich habe jetzt keinen gehört ich auch nicht gut ich habe ultra nicht vielleicht dazu ne ich habe ultra drin aber ich höre es trotzdem nicht warum auch immer ich das nicht mehr drin hatte auch bei den torpedos ist es nicht bei den torpedos macht es ja auch keinen sinn ja aber es ist ja auch stucker trotzdem ja natürlich trotzdem noob cv ne boah wenn die jetzt noch die sau kriegen könnten wir es richtig rumreißen die bf 109 ist cool ja ich bin froh dass sie so einen geilen reload hat von den fliegern oder weeper was graf seppin hat so einen geilen reload von den fliegern her ja sie brennt runter oder oder fuck you fuck you ich muss mal wir habe ich die echt noch getroffen nein die runde verlieren wir du willst nicht wissen wie viel schade ich gemacht habe ja nein oder ey das ist doch eine verarschung ich habe fast mein rekord gebrochen armer fenty noob cv von aiova wo ist montana wo ist die denn nein und bist erster zweiter nein zweiter alter oh nein ich bin sechster sag mal so ich war sieben minuten im gefecht hm 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 ich ziemlich wahrscheinlich habe ich vielleicht mit mir und denke dann finde ich Vielen Dank.